Intro Jo man die Verrückten und herzlich willkommen hier zur mittlerweile 14. Folge von MC Captive Ja auf jeden Fall, ja wie ihr schon sehen könnt, unser Zuckerrohr, ich hab hier schon ein bisschen was abgeerntet Hier, wir haben ein bisschen afkar rumgestanden, damit das hier mal alles hier so ein bisschen wächst Und ja, jetzt ist hier so ein bisschen was gewachsen und wir können jetzt endlich uns hart gönnen Und zwar geht es los mit dem Verzauberer und dem Cake, ey Und zwar Erfolge Kuchen hier natürlich, wie man sehen kann, da den Kuchen, wir brauchen Weizen, Zucker, Milch und Eiers So, give it to me, give it to me, give it all to me, warte mal, ich geb dir da ein bisschen was, warte, du brauchst ein Buch, ne? Das reicht, oder? Äh, ja Für den Verzauberer, dann mach ich diese, mach ich die Scheiße hier, muss ich erstmal überlegen Ja, wo, warte, drei Milcheimer, drei Weizen Genau, zwei Zucker und ein Ei Ah ja, Zucker sollte ich vielleicht vorher nochmal machen Zwei Zucker, ist das so? Kraftet man das so? Probieren wir einfach mal aus, so Hier die drei Milcheimers? Ne Äh, ganz oben die Reihe mit Milcheimern voll Ach, ganz oben, ja, okay, dann bestimmt so Ah, ich hab's kennengekriegt Nice Gut Ich hab meinen Kuchen Mein, Cree Spawner, mein Okay, geil So, ich baue uns, ich baue den Über dem ersten Spawner oder unter? Kritisch Kritische Frage Wir müssen das echt mal ausschildern, nicht mit den Türen, glaub ich Ey, warte, hier ist Eisen, wo wir jetzt rankommen Durch den Erfolg Nice, erfolgreich Wir sind einfach erfolgreich Oh Mann So, zack Huch, nein, ich wollte nach oben So, okay, irgendwie ist das alles so ein bisschen durcheinander hier bei uns Leute, ihr merkt schon Es ist krass, warte mal Können wir nicht noch eine Kiste mittlerweile wieder hier uns gönnen hier hinten? War hier nicht eine dann irgendwie so Die wir uns hier mal gönnen können? Nicht so, ne Okay Ähm, ich geh aber jetzt mal down under hier Ups, oder? Oh, ich hab's ungefunden Gehen wir gleich mal mit So Ich wollte jetzt sagen, wollen wir weg? Ich finde es auf dem ersten Streichel, finde ich eh nicht, bestimmt Ist ja jetzt ziemlich witzig, wenn ich das direkt... Ich glaube, ich hab's gleich schon Das könnte irgendwo hier unten sein, glaube ich Warte, hier ist der Spawner Ne, okay, hier ist er nicht, warte mal Ne Hier? Ne, ne Schade, hier ist es nicht Wo ich gerade bin Falsch, glaube ich Was denn hier? Hier runter? Oh, hier ist der Spawner Ich bin grad beim Spawner Hä? Ich bin beim Spawner gewesen gerade Wie bist du denn? Ich seh deinen Namen nicht machen Ach, da oben Ja, okay, doch Da war ich gerade Bin mal weiter runter Hier ist schon wieder ein Skeleton Ich höre Lava Ich höre auf jeden Fall schon Lava Ja, an der einen Tür habe ich... Äh, hier ist ganz viel Lava, aber ich hab keinen Wassereimer Ja, da ist ganz viel Lava Wir haben doch schon eine Lava-Quelle, wo du... Ja, wo wir alles zugeschüttet haben Das ist weiter oben, glaube ich Das muss hier irgendwo sein Ja, eigentlich schon Ich bin sogar der Meinung, dass wir noch über dem Spawner Sicher bin ich mir aber nicht Hier! Hier, ich hab's, ich hab's, ich hab's Ich hab's zwar keine Spitzhacke, aber ich hab's gefunden Gefunden auf otto.de Ja, hier ist es doch, geil Ist alles voller Lava Hier unten, warte Du musst hier... So, ich hab ein Buch Zwei Dears und Obsidian Ich glaub, das reicht, ne? So, Leute, jetzt wird's hier so ein bisschen crazy Also, immer wenn einer kommt, mach ich hier wieder Licht hin Damit hier nicht die Party abgeht Nice! We increase the world border! Ups! So, okay, ich guck mal bei Erfolge Jetzt kannst du Verursachen neuen Herzenschaden Mit einem Schlag machen Oder Baue Bücherregale, um deinen Zaubertisch zu verbessern Können wir nicht schon Bücherregal bauen? Und ich hab schon 10 Dinger, warte mal Das Problem ist nur, ich hab gerade kein... Wenn du die Score hast, dann könnten wir, aber... Äh, ja... Das Problem ist nur, könntest du vielleicht mal nach unten kommen? Was hast du gemacht? Vergessen, dass ich keine Spitzhack dabei hab? Welche Tür war das? Die, die offen steht Die hier Hier unten, hier müsstest du am Hauptstark Achso, du hast zugebaut, okay Ja, hallo! Hallo! Hier bin ich wieder, hallo! Hallo! Herzlich Willkommen! Wie du immer keine Spitzhack mitnimmst, aber auch gut, dass du mich hochziehst Ja Ich zieh dich hoch, Justin Mann, jetzt hast du es zerstört! Geh dich schamen! Du hast mich einfach reingedrückt, da Durch so eine Tür Geh dich schamen! Shame on you! Schamen sie sich Nicht Alter, dieses scheiß Blagenkuh, ne? Kann ich mal aufhören, hier die ganze Zeit mit unserer Scheiße rumzufahren? So Ganz Du kannst es ja hier so... Ich hab's zerstört Nee Warte So, ich hab mir das Minecraft abgebaut Also ich hab die Kuh zerstört Warte mal Haben Ähm Ähm Okay, wir haben hier genug zum Wachsen, also können wir mal uns eben kurz ein Bücherregal Gehren Haben wir denn überhaupt genug Leder? Äh, eins haben wir hier oben in der Kiste noch Warte, ich schmess es mal raus Da ist auch noch eins Zwei hab ich schon mal Drei brauchen wir, ne? Hier wären auch noch zwei Warte mal, nein Wie viele Bücher brauchen wir? Für ein Bücherregal? Für ein Bücherregal brauchen wir drei Bücher Und was noch? Holz, oder ne? Holz Genau, okay Verwirrung Was meinst du, wie lang Was meinst du, wie lang ich keine Bücherregal mehr gemacht hab, alter? Es ist schon Hardcore-Ewigkeiten her So, jetzt würde uns halt noch Lapis fehlen Damit wir Äh, verzaubern könnten Lapis Und das mit dem neuen Schaden machen könnten Nice Guck mal, richtig easy, oder? East get wrecked So, guck mal jetzt Jetzt kommt hier oben an eine Kiste ran Zack An welche Kiste Verzaubertes Buch mit Schutz 2 Schilde Stimmt, es gibt ein Schilde Drei Eier und Goldgründen Warte mal Mit Schutz 2 Ach, mit Schutz 2 Dachte jetzt gerade Boah, krass, alter Schade Cool Jetzt kann man so ein Schild benutzen Cool, cool Hab ich ja noch nie gemacht, ne? Ich hab das Ich hab mir das ja nie angeguckt in der 1.9 und so Das ist schon voll neu, dass man ja ein Schild benutzen kann Schild ist nice Boah, hier in dem... Ja Boah, wir können hier schon die Monument... Warte mal, können wir nicht schon Goldblöcke machen? Äh, ich weiß nicht, ob wir so viel Gold haben Drei Stück Also was wir aber auch machen könnten, wäre der Notchapfel Ja, wir könnten jetzt entweder das Monument fertig machen mit drei Blöcken erst mal Und dann halt weitermachen mit dem Notchapfel Hast du gerade alles Gold zusammen, was wir haben? Ich hab auch gerade schon ein bisschen was hier Wie viel hast denn du jetzt? Ich hab sechs Klumpen So, Hurensohn-Move Achtung, Achtung Eskalation Ist es mal wieder runter? Ist es mal wieder runter? Nein! Justin! Ich stand ja nur rum Du hast das Schwein wuschig gemacht Mit deiner Anwesenheit Hör mal auf, das jetzt zu Arsch picken Sondern wir... Give it to me, los Schieb deinen Arsch wieder hoch Jetzt hast du es noch weiter runter geschoben So Warte, ich... Ich hab's gerade so geil Geh mal runter da Los Na Los Schieb deinen Arsch woanders hin Wir brauchen definitiv eine Karotte Mann, das war gerade voll gut, ja? Ja Voll gut, ja Voll der gute Plan, ja? Wir könnten jetzt auch rein theoretisch von hier runter bauen Neun Blöcke Mach mal, ich halt's in Schaum Hast du was? Neun Blöcke, warte Ich baue mir mal eben schnell eine Schaufel Damit es schneller geht Na, Digga Na, Bruder Was geht ab, Alter? Du bist brutal Na, Bruder Haben wir noch Holz, Alter? Da haben wir Six Der Schwein macht Party It's Party Time Geh weg, Kuh Du nervst Du stehst im Weg Das Problem ist Du musst mich dann gleich nur probieren anzuschieben Eins, zwei, drei Vier Leute Fünf Ich reite auf meinem Pick, Alter Sechs Bebbing Eigt Ah Das reicht Okay, wir fallen ein bisschen tiefer Ja, warte, warte, warte Ich muss noch weiter aufbauen Dann fallen wir ein bisschen tiefer Nein, das Schwein Nein, Schwein Bleib stehen Ich muss wieder hochkommen Ich muss noch was aufbauen Schwein, bleib stehen Nein, stopp Halt Stehen geblieben Oh Gott, wenn wir das Schwein jetzt gleich da unten Oh Gott Oh Gott Könnte gut sein, dass es verreckt Egal Dann ist es eben tot Oh ne, ich glaube, das überlebt sogar noch Geh drauf da Nein, nein, geh drauf schnell Kannst du mich anschieben? Ne Ich versuch gerade Nein Warte, nein, bleib doch stehen Nein Nicht in das Loch fallen Nein, nein Ach man, du scheiße Einwilliges Kackschwein Ach man, was ist das für ein Kackblach Ey, komm Schieb dich Warte mal Warte mal Warte, 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 warte Wir probieren was Setz dich aufs Schwein Ja Damit können wir das machen Ja Das sind nur die besten Ideen Oh Oh, das arme Schwein Gib mal die Lore Hier Wir müssen bloß das Schwein da gleich wieder hinkriegen Und gleich alle Schien mit, dann können wir das da hinbauen Na toll, das dauert jetzt aber erstmal, bis wir das verkackte Komm, beweg deinen Arsch Los 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 Naht nicht aufs Feld Dickere Masse ist kaputt Kriegst du es bis hier hingeschoben? So viele Schienen hatte ich noch Ich glaube hier noch mehr Schienen Oh Gott Nein Wir haben noch zwei Schienen Gott Warte, 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 warte Warte, warte Ist das Ist das Schwein, komm doch her Komm doch her, Schwein Das Schwein begeiert gerade die Kuh Hör auf damit Das ist nicht deine Bestimmung gewesen So, warte Wir haben aber nur einen versucht, hörst du jetzt Ja Warte Los Los, beweg dich Los Du musst aber drauf sitzen dabei, ne Das Problem ist Du musst drauf reiten Das heißt, jetzt schiebt der gleich an Setz dich drauf, setz dich drauf, setz dich drauf Und Warte Ich kann's sehen Das hat zuvor geklappt Äh, warte So, das müssten trotzdem noch neun sein Yes Nice Sau gut, Alter So, Schwein Du kannst jetzt sein Voll die gute Idee mit der Lore, Alter Ja Alter, voll die gute Idee Ja, voll der Big Plan, Alter So, jetzt haben wir hier unten ein Schwein Ja, scheiße So, Leute Aber ich würde sagen, das war's mit der Folge Hier wird's ein gewoller Tag hoch Und wir sind's dann morgen wieder bei In einer neuen Folge Macht's gut Tschüss 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 Ich bin's